Ich lasse Whisky im Lebkuchen für eine Woche oder bis ich nicht mehr abwarten kann. Tag 8. Wir nehmen erstmal nur die normalen. Und jetzt warten wir. Es ist Tag 8 und das Video kommt dann Tag 12. Tag 5 kommt auch noch. Und 10, 11 und 12 auch. Diese Wischung haben sehr viele von euch vorgeschlagen. Ich bin gespannt. Riecht sehr weihnachtlich. Bisschen wie auf dem Weihnachtsmarkt. Guten. Nein. Es ist Zeit. Finshaut. Daibosha. Oha. Oha, okay. Sehr interessant. Richtig gut. Ich kann es gar nicht in Worten beschreiben. Diese Glasur dazu passt einfach. Hätte ich nicht gedacht. Ich kann nichts anderes als eine 10 von 10 geben. Ich kann nichts anderes als eine 10 von 10 geben. Vielen Dank.